hallo zusammen herzlich willkommen zu einem neuen live stream auf twitch it takes two mit dennis ja nichts sagt ja doch jetzt so weiter geht es das ganze versuche ich diesmal auch direkt nebenbei aufzunehmen dass wenn man das auf youtube auch noch mal anschauen möchte oder generell an all diese auf youtube angucken dass da einfach eine bessere bildqualität ist ich glaube meine festplatte ich dafür nehmen wollte ist irgendwie voll das ist ja sehr gut naja gut dann dann muss ich doch den stream hochladen ich springe erstmal in die suppe vorbereitung ist alles war ja wie kann ich noch mal sprinten ja wie ging das das war das ach man das ist ja wunderbar ach komm ich bin ich noch ein bisschen nicht abgesprungen ist doch x ja ist x geht doch so schön dass sie da seid ich bin nicht die einzige die runter segelt du bist ein bisschen eleganter rübergekommen als ich deutlich eleganter jetzt bin ich mal gespannt wo es hingeht halt hier hier und hier und 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 Ich werde dich da, wenn du mir helfen kannst, meine Freunde zu holen. Welche Freunde? Wir waren sehr wichtig, aber dieser Mensch hat uns in der Toolbox geholfen. Du bist in May's Toolbox. Ja, ja! Die Hörlöse Frau, du kennst du sie? Nein, er ist nicht. Ich habe gehört, die Hörlöse Frau hat einen neuen Job in der Stadt und nicht mehr Zeit für unsere Hobbys. Wer über die Hobbys? Du weißt, wie schrecklich es ist, um zu sterben zu sterben zu sterben? Es ist wie... ...burning alive. Slowly. Slowly. Schau, Hammer. Da ist ein Rest Remover Spray in dieser Toolkabinette. Wir können helfen, zu retten, aber nur wenn du uns zu Rose über da sind. Okay, das ist ein Problem. Ich bin auf. Okay. Jetzt, geh zu der große Tür über da. Pull das Nähl aus. Wir brauchen ihn. Okay. Hier geht's. Woah! Woher geht's? Ja. Mal kurz auf den Rücken geschnallt. Ja. Ich hab trainiert. Oha, Hammer werfen. Äh... Wo muss der denn hin? Ach so. Kann ich dich auch damit treffen? Ich weiß es nicht. Guck grad, wo wir hin müssen. Wir haben grad die Frage, ob der komplette Stream hochgeladen wird. Ja, er wird komplett hochgeladen. Der Hammer ist cool. Äh... Aber ich weiß noch nicht... Mach erstmal alles kaputt. Genau. Das ist... Ich bin da so... Oh. Ja. Ups. Sorry. Ich bin da so gewohnt, dass MMOs, wenn man da an irgendwas vorbeigeht, dann sollte man das immer kaputt machen. Es könnte Gold drin sein. Ähm... Das muss ich erstmal überlegen. Wir werden das ja gewiss nicht umsonst bekommen haben. Kann ich irgendwo hinschmeißen? Ich steh grad am Schlauch. Ja, vor allen Dingen, ich hatte... Hammerwerfen stand bei mir. Ich kann aber den Hammer eigentlich nur... Ich kann damit, glaub ich, nur hauen. Passiert jetzt irgendwas, wenn ich hier drauf... Okay, ja. Das kann ich scheinbar nur mit dem... Ah! Du musst auf die andere Seite. Ach, du kannst... Ja, sag das so. Ah, ja, hab ich doch. Haha. Aha. Nein. Ähm. Ah, warte, warte, warte. Wie kommst du jetzt rüber? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm... Aber hier hinten sehe ich grade sonst auch so nichts mehr. Irgendwas will das ja da mit dem... Mit der Klappe da vielleicht, obwohl... Ja, natürlich. Ne, die brauchen wir dann, um da gleich von A nach B... Von rechts nach links rüber zu kommen. Aber... Aber was? Hä? Was soll das... Was soll das... Was will das mir sagen? Kein Problem, Melina. Gerne, gerne. Aber das ist echt... Dann kann ich aber auch... Ich kann aber auch nicht an dem... An dem Zaun lang klettern. Haha. Man darf eigentlich nicht so kompliziert denken. Eigentlich nicht, ne? Aber ich sehe auch grade keine unkomplizierte Variante. Hm. Brrrr. Gibt's das? Haha. Oh man. Gescheitert an Level 2. Hä? Danke für dein Follow, Irini. Ich hoffe, ich hab dich richtig ausgesprochen. Ich sehe hier aber auch... Also... Auf die gelben Pineapple kann ich draufhauen. Ich sehe aber auch nur den einen einzigen hier. Mach nochmal. Ähm... Warte nochmal. Ahhhh... 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 Ja... Eigentlich ist es so einfach, aber man muss trotzdem erstmal draufkommen. Ja, man muss erstmal hinschicken. Ach, R2. Ja gut, dass es bei dir steht und bei mir nicht. Hahaha. Sie haben damit gerechnet, dass ich's nicht alleine hinkriege. Ich glaub, das krieg nur ich hin, weil ich da mit dem Hammer dran, ähm, hing gerade. Ach so. Hab ich nicht gesehen, okay. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's weiter? Ähm... Ich seh, dass du auf mich zielst. Au! Ich... Mach schneller. Ach, aber du eben. Aber warte mal, vielleicht kann ich da dran langlaufen an dem gelben Dings da. Warte. Du hast nicht gelernt wohl. Versuch's mal jetzt. Oh, falschrum. Ups. Ach! Ach... Ach... Ach man! Das merk ich mir. Mach mal. Oh, ja. Ich hab's geschafft. Oh, Mann. Hey! Hey! So. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt, wenn die hier die... Ah, hier ist das... Hier ist wieder so ein gelbes Ding. Äh... Wie... Ja, genau das. Oh, shit. Ich war zu spät. Muss weiterhüpfen. Oder muss ich vielleicht noch... Ja. Muss ich jetzt hier irgendwas... Ah, ja. Ähm... Ach so. Danke. Bitte. So, das müssen wir jetzt hier machen. Das sieht auch wieder aus, als ob das ne... Ja. Ja, warte. Noch einmal. Ja. Zielsicher. Oh. Obala. Äh... Ich war grad immer überlegen. Mach nochmal. Okay, es ist schon so ne Stufe. Okay. Also, ich bin jetzt mal gespannt. Ich hab jetzt so ein bisschen die Vermutung, dass wir generell, dass sie uns nicht hören kann oder nicht verstehen kann, solange wir jetzt Puppen sind. Bin ich mal gespannt. Was? Hier die, ähm... Oh, ich weiß nicht. Wie heißt sie nochmal, die Tochter? Rosi. Ja, so. Ah, genau. Also, ich glaube, die kann uns... Wird uns tatsächlich jetzt die ganze Zeit nicht verstehen können. Hat die... Hat die Taschenlampe hier einen Sinn? Glaube nicht. Oh, hat das Puch. Oh, hat das Puch. Oh, hoh. There are no relationships without challenges. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? When you're willing to face a challenge, you always learn something new. So, remember, when you hear this sound... Follow it, keep following it, and you will find the challenge you seek. Welcome to your first couples challenge. Win or lose. You must do it together. So ne Scheiße. We haven't got time for this. Oh, are you afraid of losing? Me? Huh, no way. Bring it on. Oh, I'm gonna bring it. Oh, hau den Cody. Das gefällt mir. Oh. Ich hab den noch gar nicht getroffen. Kannst du mal selber steuern? Na klar. Oh. Das gibt's doch nicht! Halt! Ich hab dich... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab neben dich gehauen. Das gibt's doch nicht. Ach so. Bleib oben, um zu punkten. Lass dich nicht treffen. Okay. Okay. Ey! Wow! Oh nein! Boah! Es gibt extra Punkte hier. Boah! Es gibt extra Punkte hier. Was denn? Oh, das Spiel ist lustig. Ach verdammt, du hast gewonnen. Das ist ja wie bei Mario Kart. Wie? Ja, eine klare Angelegenheit. So klar war... Ja, deswegen meine ich ja wie. So klar war das gar nicht die letzten Male. Hallo? Oh, jo. Jo, jo, jo. Kommt immer aus der Perspektive drauf an. Hahaha. War ein Punkt gleich. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Oh. Ah! Ich glaube... Hier muss ich mich wieder durchschwingen. Die Frage ist nur, was ist hier links unten noch? Hm. Ja, ich gucke. Ich hänge schon mal so ein bisschen ab. Das hat eine Scheibe. So, drüben bin ich schon mal. Ich glaube, ich kann jetzt wieder runter. Ich glaube, ich muss hier... Ah! Nee. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ah! Ah, hier hoch, ja. Oh. Okay. Was haben die in ihrer Hütte für Werkzeuge? Das ist gruselig. Aha. Ah! Jetzt da oben wieder einer rein. Aber du hast immer nur zwei, oder? Du musst sie dann immer wieder zu dir rufen. Nicht... Oh nein! Ähm, ja, ich hab zwei. Aber ich hab noch Platz für den dritten. Ah, okay, cool. Oh, ich seh grad, ich hatte noch was am Arsch. Da stell' ich mich gleich auf. Da stell' ich mich gleich auf. Wir mussten da hin und... Ab! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, verdammt. Hat so ein bisschen was von dem König der Löwen Level, wo man an den Nilpferdeschwänzen lang... Genau. Äh, lang hüpfen muss. Das kann ich auch nicht. Oha. Oh Gott. Oh Gott. Ah, du scheiße. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ah, du scheiße. Ja. 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 So, wir sehen uns dann mal. Hä? Hä? Wie geht das denn hier? Ja, aber... Immer wenn ich da drauf bin, dann geht das Ding runter. Ich versuch' mal hier weiterzulaufen. Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Ja. Okay, das scheinen wie eine Aufgabe für mich zu sein mit dem gelben Button da. Kipp die Klappen entdeckt. Ich glaub' das ist aber von dir. Ja. Hier ist auf jeden Fall diese Russell. Russell? Kipp die Klappen. Kipp die Klappen. Kipp die Klappen. Kannst du da auf den... Achso, das hast du ja eigentlich schon gemacht, wa? Ja. Irgendwie... Ich vermute mal... Irgendwie muss das Ding da eigentlich dann oben bleiben womöglich, aber... Hm. Da jetzt den... 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 Den Nagel rein zu hauen. Wenn das links ist, wenn das hier oben ist, bringt ja eigentlich auch nichts, oder? Oh. Ähm... Ich seh' es aber auch nicht, wo ich's hinwerfen könnte. Ah. Okay, jetzt. Ah. Okay. Und jetzt müsstest du's wieder wegziehen können. Ja. Ich bin geiler als du! Danke für deinen Follow! Oh Gott! Das war knapp. Das war fast perfekt. Warte. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du springst oben an das... Teil... Oder wahrscheinlich unten drauf. Hm. Ups! Passt? Ohohohoh. Nee, passt nicht. Okay, hab mich vertan. Einmal warten. Ja. Warum konnte ich jetzt nicht... Mann! Muss man... Muss man vielleicht das Holz benutzen? Ja, vielleicht, dass ich mich da oben festpacke. Vermut' ich auch. Dann zieh' ich jetzt gleich da hin. Mal gucken! Na, ich muss nicht... Entschuldigung! Ich bin gar nicht. Mal gucken! Einmal bin ich bei mir. Das geht nicht. Aber ich will nicht. Untertitelung des ZDF, 2020